Die Anzahl der weißen Blutkörperchen ist zu hoch. Das könnte eine Leukozytose sein. Leukämie. Das besprechen wir ganz in Ruhe am Montag. Ein Wochenende voller Ungewissheit. Können Sie mir das Krauen beibringen? Die Gelegenheit, mal wieder Sport zu treiben. Mit dem Ex anzubundeln. Du warst einfach wild, ha? Du verwechselst mich. Den Sohn zu besuchen. Du wirst Oma. Hanne. Untertitelung des ZDF, 2020